Ich bin Seth Troxler und ihr wisst Freakish TV. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freakish. Heute sind wir wieder mal in einem Hardcore Club unterwegs, nämlich in der Härterei und haben natürlich für euch ein cooles Interview mit einem Freaky-DJ namens Seth Troxler. Seth, wir kommen! 2012 wurde Seth Troxler von den Resident Advisor Lesern zum besten DJ des Jahres gewählt und wird sich in der ersten Episode unserer zweiteiligen Härterei-Serie vor der Linse eröffnen. Ihr seht, der erfüllt die gute Musik und für euch gibt es jetzt auch geilen Sound-Tapio, nämlich bei unserem Soundcheck. Mit Seaset zeigt uns Seth Troxler einen typisch amerikanischen Elektro-Track, mit dem man gerne in eine andere Welt eintauchen und sich verlieren möchte. Musik 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 Unsere Alice wird heute von der Deria unterstützt und schickt unseren neuen Freak gleich auf Quote-Jagd. Cyril, was erwartest du von heutigem Abend? Ja, einfach gute Musik, coole Leute, einfach super Ambiente hier. Let's go! Wegen was bist du heute an? Wegen Seth Ruxler. Was erwartest du von heutigem Abend? Mir gefällt mega der Sound an und ich denke, der Seth Ruxler legt mega gut auf. Was erwartest du von heutigem Abend? Ich könnte einfach Spass haben mit meinen Kollegen und geile Abend an. Warum hast du dich heute Abend für die Herderei entschieden? Weil die Leute immer super drauf sind und immer super Stimmung sind. Deria, was sind deine Anforderungen für eine super Party? Also ich finde in erster Linie muss sicher mal die Location stimmen, die Leute auch, weil die bringen schlussendlich einfach die Stimmung und die Musik ist schlussendlich nur noch das A und O. Also ich würde mal sagen, das ist ein guter Ansatz für unsere Party-Tipps. Kein geringerer als US-Rapper Tiger wird am Freitag 18. Dezember das Alice Jew zum Platzen bringen. Der 26-Jährige sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und bringt Hollywood-Vibes in unsere Nightlife-Szene. An der monatlichen Vioch Secret Party wird im Vegas-Style bis zum Morgengrauen durchgefeiert. Die ersten 100 weiblichen Gäste erhalten exklusive Vioch Secret Goodies. Sei am Samstag, 25. Dezember dabei. Silvester wird auf der ganzen Welt groß gefeiert und besonders glamourös geschieht das in Dubai. Mit keinem geringeren als Martin Garrix, der uns mit seinem Hit Animals keine Nacht lang mehr ruhig sitzen bleiben ließ. Weitere Infos unter martingarrixdubai.com Die Techno-Größe schwärmt nicht nur von Berlin und Kartoffelstock, sondern lässt auch auf eine Hip-Hop-Karriere vermuten. Du live aus Deutschland? Ja, ja. Ja, ich wohnte in Berlin für vier Jahre. Ich sollte mehr Deutsch sprechen. Was könntest du in Deutsch sagen? Wirklich? Nein. Nein. Ja, ich bin wirklich gut mit dem Essen und counting. Was möchtest du für die Food? Rohlkohl, schnitzel. Ja, ich liebe Ruokorl in der Wintertime, mit, you know, Mashed Potatoes, Kartoffel-Puree, ooh. Impressions, did you take out from there? I loved, I loved Germany. It was amazing to live here, and I mean so much music and so many friends. And, but yeah, it just, there's a time I thought Berlin was getting overdone, you know? It's like, Berlin, 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 I was like, I need to go somewhere else. Actually, I went for a girl, but. How do you find a balance with your lifestyle? I don't. Do you imagine to play hip-hop one time? Sometimes I do. Really? Yeah, I don't really like every music, though. Okay. Long conversation. Okay, so. Thank you so much. Ich bin schon richtig im Weihnachtsgroove, und wie die Stimmung bei unserem Beauty Special aussieht, seht ihr jetzt, Presented by the Body Shop. Was macht man während der Weihnachtszeit am liebsten? Genau, man geht shoppen. Und am besten hier bei The Body Shop. Es gibt da alle verschiedene Duftarten, und die möchte ich dir jetzt gerade präsentieren. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wurde die neue Weihnachtskollektion Bath & Body von The Body Shop vorgestellt. Die neue Special Edition beinhaltet die Auswahl von Frosted Plum, Glazed Apple und Frosted Cranberry. Diese drei Geschmacksnoten spiegeln sich in jeder Facette dieser Linie wieder. Für sanfte Pflege der Haut sorgen die Body Butter und der Sugar Scrub, die all deine Sinne verwöhnen. Weil an Weihnachten so vieles glittert, passt auch der Shimmer Mist Spray hervorragend. Er bringt Haut, Haare und sogar deine Kleidung zum Schimmern. Raus, Ami, Rausin! Natürlich darf auch die Pflege unter der Dusche nicht fehlen. Deshalb das Shower Gel mit süßlichen Aromen der jeweiligen Geschmacksrichtung. Diese und viele weitere Geschenke sind auch in wunderschönen Sets erhältlich. The Body Shop hat sich dieses Jahr mit der Hilfsorganisation Water Aid zusammengeschlossen. Kauft dir bei Body Shop ein Geschenk, kriegt eine Familie in Äthiopien einen ganzen Tag sauberes Wasser. Kauft dir bei Body Shop ein Geschenk, kriegt eine Familie in Äthiopien einen Tag sauberes Wasser. Ich hab mich jetzt warm eingepackt. Es ist früh am Morgen und ich muss nach Hause. Mein Bett ruft mich. Die Deria hab ich irgendwo auf dem Weg verloren. Die ist wohl irgendwo am Abschaken. Aber ich muss jetzt weggehen. Für euch geht es nächste Woche weiter im gleichen Club mit dem französischen Schönling Michael Defond.